so grüß euch jetzt bin ich den rohlig an den bergauf gefahren glaube ein kilometer lang 10 kmh man kommt schon zu schlafen aber es ist wahnsinn was der e-motor mit 48 hat was der zieht was der hinten anschiebt mit normalen rad kann man die sonst nicht mehr auf aber mit dem e-motor wahnsinn auf ihn auf ihn das müsst ihr euch vorstellen da unten man sieht es zwar nicht aber so auf ihn legt es nicht jetzt sehen kann man der ist wahnsinn so steil aber mit den rad kommst du nicht überall auf ihn musst du einfach nur treten treten im ersten gang treten und treten und treten so viel schlafen tue ich nicht weil es ohne e-motor verpasst du musst viel mehr schlafen das ist wieder ein schöner tag ein schöner sonntag und jetzt schaut euch mal die viecher an und das ist ein Esel also lieber schaut sie mal hallo monki monki tanki guck 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 gu Und gelobt Jesus Christus. Amen. Super. Pführt euch. Baba. Alles Liebe. Macht es gut. Baba.